guten abend liebe bewohner es ist sonntag der 11 august 2024 23 45 hier auf isa nook das feuerwerk ist mit vollem gang kommt aus dem festplatz vorbei besucht unseren stand und teilt uns eure feuerwerksideen mit und damit mache ich mich wieder daran euch das inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu animal crossing new horizons jawohl melinda hat schon großes vor wir haben wieder feuerwerk wir dürfen aber eigentlich heute nichts mitnehmen was hier drin ist akademie gerrit und maria das müssen uns morgen anschauen weil was falsch gelaufen glaube ich na gut ja wir haben hier natürlich paar sachen die wir nicht brauchen können wir jetzt direkt zu gar nicht verkaufen aber ja schauen wir mal hier drehen halt wieder eine runde und doch wir können sie schon verkaufen müssen nur die dinge machen wir können sie im shop nicht verkaufen so bestimmt trauben kleid ich finde es interessant dass es trauben kleid gibt aber keine trauben ist das gemein finde ich komisch aber gut das drehen wir unsere runde muscheln sammeln wir heute nicht fische auch nicht alles was zählt ist das was an den palmen sitzt okay die sind doch ein bisschen wertvoller die können wir halt nehmen ab und okay Passt, die müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Muscheln lassen wir mit dem Außen vor. Jetzt setzen wir uns natürlich wieder auf. Oh, heute haben wir dasselbe Visier. Cool! Mal gucken mal rein schauen. Boah, da hat uns den gerade angepisst, dass wir uns keine Zeit für ihn nehmen können. Ah schau mal, da ist irgendwas falsch gelaufen. Aber gut. Gurkenpferd. Wenn es los ist, da bringen sie Aubergine und Gurken rein ins Game, aber nicht Pflanze zum Anbauen. Ich verstehe ja nicht. So. Oh. 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 Vielleicht muss man echt auf andere Inseln reisen. Nach anscheinend reißt es unsere Insel echt nicht aus, was Käfer angeht. Fände ich bisschen schade. Ich bin der Glaube und hab mich auf den Weg. Auch ich habe die Läube und die Läube und die Läube. Ich werde das Läube und die Läube und die Läube schade. Ich werde das Läube und die Läube. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. 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 Keine Haut an. Nein, auch schon. Hmm. und Das ist ein Goldskabias, glaube ich. Den haben wir auch schon. Ich habe gesagt, man muss sich anschleichen. Jetzt haben wir dann langsam genug. Oh, nicht mehr gießen. So, und damit sind wir, was Blumen angeht, sehr gut unterwegs. So, und können jetzt hier endlich diese schwarz-rosa, äh, schwarz-weiße, diesen schwarz-weißen Rosenball machen. So, und damit sind wir, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Anscheinend ist Tag Vorspulen, anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht. So, Olha, das ist ein Durchschnittstil, an einem Schwarz-weißen Rosenball zum Schwarz-weißen-Tgan. Und dann ist das so, was wir sehen, was wir sehen, dass wir nach dem Schwarz das nicht geschlossen haben. Oh, das ist noch das... Also aber, den Schwarz-weißen-Tgan hat, an dem Schwarz-weißen-Tgan ist, dann nochmals so schön. So, dann sollen wir uns versuchen, drinnen und Schwarz-weißen-Tgan zu stellen. So, dann können wir hier die Geweißen, dann auch das, was wir sehen, haben wir dann erst. So, ihr geht da, was wir sehen, immer dann nicht daran, dass wir sehen, was wir sehen. Okay. ok fünf verstörenden hätte ich jetzt noch verstanden oder sechs wir verstören dass das ja mal wieder hier nichts keinen einzigen käfer zu gesicht bekommen vorbei ist die party jetzt tun wir das mal weg und dann laufen wir noch mal ein strand hoch und runter und sonst muss man es echt schauen dass man das vielleicht muss ein insel ticket machen selbst wenn wir dann auf diese insel fliegen ist es nicht gesagt dass es funktioniert so 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 Da war irgendwas gesessen. Die Rennen, die Insel sind richtig. Hier ist die Rennen. Hier gibt es nur die Rennen. Das war's für heute. Den haben wir halt auch schon. Ich muss den Stein aufheben. 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 Ich bin auch mehrfach gegengelaufen. Und dann ist einer aufgetaucht. Aber halt auch nur einer. Ich muss den Stein aufheben. 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 Was ich tun kann, damit ich hier welche oder welche neu spawnen kann. Ich muss den Stein aufheben. Ich muss den Stein aufheben. Den haben wir schon gehabt. Das ist an sich jetzt nicht so schlimm. Ich muss den Stein aufheben. Ich verstehe nicht, warum die anderen einfach nicht auftauchen. Wir haben den richtigen Monat. Wir haben die richtige Uhrzeit. Aber sie kommen halt einfach nicht. Das habe ich schon mit der Dinginsel getestet. Und das funktioniert auch nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Mit Untertitelung. Deinbred. Mit Untertitelung. jawohl ein satz von x mehr kann man wohl glaube ich nicht machen wir haben es versucht wir haben es versucht wir haben es probiert wir wollten und wir sind glücklich gescheitert kür So. Und damit bedanke ich mich bei euch für's Zuschauen, sagt Ciao mit Frau und wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Schwimmen müssen wir auch noch irgendwann gehen, müssen wir mal schauen. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüssikowski, bleibt gesund, wir sehen uns.